Ja, das ist, weil bis jetzt die meisten Fernseher HDR nicht kannten. HDR ist eine Videotechnologie, welche jedes Detail hervorbringt und das in extrem hellen und dunklen Bereichen. Sie sehen Details wie im richtigen Leben. Um die lebensnahen Bilder rüberzubringen, versteht der QLED TV den Helligkeitslevel HDR 2000, der sehr nahe am natürlichen Licht ist. Die Nummer bei HDR 2000 ist der Helligkeitslevel. Je höher die Nummer, desto mehr Details. Sie sehen die feinen Unterschiede, zum Beispiel in den Kontrasten, wie auch in der Natur. Das heißt, mit HDR 2000 können Sie die kleinen Details sehen und zwar in dunklen und auch in hellen Bereichen. Die Sache ist, um die lebensechten Details im QLED TV zu genießen, brauchen Sie aber auch einen guten Kontrast des Bildschirms. Um das zu verbessern, haben wir unter anderem Ultra Black eingesetzt. Okay, können Sie sich an einen Sonntagnachmittag erinnern, an dem Sie einen Film gesehen haben? Haben Sie dabei nicht nur den Film gesehen, sondern auch die gesamte Wohnungseinrichtung, die sich im TV gespiegelt hat? Und wenn es langsam dunkel geworden ist, die Stehlampe von nebenan? Die Ultra Black-Technologie eliminiert den unerwünschten Effekt, in dem der QLED TV die Lichtreflektionen auf dem Bildschirm minimiert, sodass Sie Ihre Konzentration voll und ganz dem Film widmen können, egal welche Lichtanflüsse. Das heißt, Sie können die volle Bildqualität genießen, egal ob die Umgebung hell oder dunkel ist. Bereit für einen Filmabend? QLED – The Next Innovation in TV